Hey und hallo, also, Entschuldigung erstmal, dass es in letzter Zeit so ruhig geworden ist und das hat aber alles seinen Grund, denn ich habe in den letzten Wochen, Monaten an einem Mixtape gearbeitet, weil ich gerade viel Lust hatte, viel Musik zu machen, hab das jetzt alles fertig gemacht und ihr könnt es euch anhören und kostenlos runterladen, den Link findet ihr in der Videobeschreibung und ja, das wollte ich eigentlich nur schnell loswerden, dass ihr wisst, warum es gerade so ruhig war und ihr vielleicht auch noch ein bisschen Lust habt, meine Musik mitzuverfolgen. Die Lieder sind alle selbst geschrieben und hört einfach mal rein und ich würde mich drüber freuen, wenn ihr in die Kommentarbox schreibt, was ihr davon haltet. Ähm, so, jetzt bin ich mit Musik erst mal durch, als nächstes kommt jetzt, denke ich, Death Note Episode 6 Animation und dann fängt DSDS ja bald schon wieder an und dann wird es zu den Motto-Shows, denke ich, auch wieder ein paar Animationen geben und ja, äh, was labere ich viel, äh, ja, auf jeden Fall wird wieder mehr von mir kommen. So, das sollte ich nur loswerden. Bye, bye, auf Wiedersehen und nicht vergessen, downloaden in der Videobeschreibung. Tschüss. ...tape gearbeitet, weil ich gerade, äh, viel Lust hatte, viel Musik zu machen, hab das jetzt alles fertig gemacht und ihr könnt es euch anhören, äh, und kostenlos runterladen, den Link findet ihr in der Videobeschreibung und, ja, das wollte ich eigentlich nur schnell loswerden, dass ihr wisst, warum es gerade so ruhig war und, äh, ihr vielleicht auch noch... Hey und hallo, also, Entschuldigung erst mal, dass es in letzter Zeit so ruhig geworden ist und das hat aber alles seinen Grund, denn ich habe in den letzten Wochen, Monaten an einem Mix noch, äh, ein bisschen Lust hat, meine Musik mitzuverfolgen. Die Lieder sind alle selbst geschrieben und, ähm, äh, hört einfach mal rein und es wird mich drüber freuen, wenn ihr in die Kommentarbox schreibt, was ihr davon haltet. Ähm, so, jetzt bin ich mit Musik erst mal durch, als nächstes kommt jetzt, denke ich, Death Note Episode 6 Animation und dann fängt DSDS ja...